Eigentlich müssten sie doch wissen, wie sich sowas anfühlt, sagte Trude, bevor sie nach Hause führten. Und dass man sowieso nicht dagegen ankommt. Gegen das Verliebtsein, meine ich. Ich glaube, Melanie ist zurzeit auf jede eifersüchtig, die verliebt ist, sagte Frieda darauf. Beim Comiclesen mach ich halt ne Doppelschicht, Micky, Donald, Goofy, die schlafen nicht. Zeitschriften gibt's wie Sand am Meer, Bravo, German, Touch, ich kann nicht mehr. Zeitungen gibt es aus der ganzen Welt, kosten meistens wenig oder gar kein Geld. Drinnen kann ich täglich lesen, was so geht, doch ich muss nicht alles glauben, was da steht. Leute, passt mal auf, damit ihr's wisst, lesen ist ne superfühle Kunst für sich. Bücher lesen ist ein Riesenspaß, besorgt euch welche, macht es ab. Taschenbücher sind zum Glück sehr klein, die wilden Kerlen sind nem Fußballverein. Den wilden Hühnern, denen geht's um Liebe, Harry Potter geht auf eine Zauberschule. Wir verbrauchen Bücher, so viel wie Taschentücher. Lesen Comics, essen Pommes, ey, geht mal rüber. Lesen, Zeitung, ja so geht die Zeitung. Bang mal rüber, mach. Leute, passt mal auf, damit ihr's wisst, lesen ist ne superfühle Kunst für sich. Bücher lesen ist ein Riesenspaß, besorgt euch welche, macht es ab. Leute, passt mal auf, damit ihr's wisst, lesen ist ne superfühle Kunst für sich. Bücher lesen ist ein Riesenspaß, besorgt euch welche, macht es ab. Leute, passt mal auf, damit ihr's wisst, lesen ist ne superfühle Kunst für sich. Bücher lesen ist ein Riesenspaß, besorgt euch welche, macht es ab.